In einer Feierstunde verabschiedeten sich die Lehrer und Schüler der Oberschule Hohenkirchen voneinander. Dazu hielt Schulleiter Harjo Kemper eine unterhaltsame Rede. Er verglich die Abschlussklasse mit seiner früheren Bubi-Mannschaft. Beide haben viel trainiert, manche Spiele gewonnen und manche auch verloren. Und sein Fazit? Jeder Schüler kann stolz auf sich sein. Auch Abgänger Jelko Leuchtenberger hielt eine humorvolle Rede und bedankte sich bei Eltern und Lehrern für die Unterstützung. Zur Unterhaltung gab es nicht nur reichlich Musik, sondern auch ein Video von der Abschlussklasse.